Guten Abend, mein Mausezahn. Na, wie war's denn heute? Ach, scheißliches Wetter draußen, eiserkalt. Hey, was ist denn? Hast du deine Stimme verloren? Hast du deine Stimme verloren? Wieso ich? Weil du nicht angerufen hast. Das Essen steht schon seit einer Stunde auf dem Tisch. Ich habe eine wichtige Verabredung gehabt. Wie oft habe ich dir gesagt, wenn du eine Verabredung hast, ruf eben an. Schrei mich nicht so an, du hysterische Kuh. Was hast du da gesagt? Hysterische Kuh? Hast du eine Ahnung, wie kaputt ich bin? Ich habe das ganze Haus sauber gemacht, die Fenster habe ich geputzt, den Garten habe ich gepflegt, das Essen habe ich gekocht, den Tisch habe ich gedeckt. Und du behauptest, ich wäre eine hysterische Kuh? Hast du Hunger? Ja sicher. Hier hast du erstmal ein paar Kartoffeln. Okay. Mein Schatz. Weißt du was? Ich gehe jetzt zu meiner Mutter. Papa. Das Foto von dieser alten Planschkuh kannst du gleich mitnehmen. Da kannst du mal sehen, was deine hysterische Kuh alles kann. Diese Blumen habe ich heute für dich gepflückt. Und hier, könntest du in dieser Vase ein bisschen Wasser nachfüllen? Mein Gott, bin ich froh, wenn du endlich abhaust. Dann krieg ich nämlich auch mal was Vernünftiges zu essen. Du! Komm! Hau doch zu! Du! Komm, hau zu! Komm! Komm, du! Eheberatungsstelle Bochum. Guten Tag. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn ich Sie störe. Ich will Sie auch gar nicht lange... Aber wie schon Thomas Mann sagte, außergewöhnliche Situationen verlangen außergewöhnliches Handeln. Ich heiße Wetzhofe und ich, äh, ich muss Sie für einen Augenblick sprechen. Es geht um etwas sehr elementar Wichtiges. Es geht um Ihre Frau Gemahlin. Sie gestatten? Ich kenne Sie nicht. Nein, noch nicht, Ihre Frau. Aber darum geht es, genau darum. Die Vorgeschichte. Ich saß vorhin in der Halle, als Sie aus dem Fahrstuhl kam, mit Ihrem Herrn Gemahl. Es könnte sein, dass unser Essen gleich kommt. Bestimmt nicht. Ich wohne schon seit Wochen hier. Die Küche ist gut, aber auch sehr langsam. Wie gesagt, seit einer halben Stunde verstehe ich das Wort von Rainer Maria Rilke. Du musst dein Leben ändern. Aber doch nicht ausgerechnet an unserem Tisch. Nur hier. Denn als Sie aus dem Fahrstuhl traten, käde ich hier vorne, blendete mich Ihre Erscheinung wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Und Ihre Schönheit hat mich, ja, wahnsinnig gemacht. Ein Ur-Erlebnis. Ein Schock wie ein Donnerschlag. Und deshalb auch diese etwas ungewöhnliche Frage. Hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihre Frau Gemahlin eben mal vernasche? Ja, das ist jetzt eigentlich nichts dagegen, ne, Frau. Ja, jetzt gucken Sie sich so seltsam an. Sie haben mich wahrscheinlich missverstanden. Mit eben mal vernaschen meine ich natürlich nicht, äh, irgendwas Schnelles. Sondern, richtig, ne? Auf keinen Fall hier unten im Restaurant. Wo denken Sie hin? Auf keinen Fall. Sondern oben im Zimmer oder nebenan im Wintergarten. Oder unten. In der Tiefgarage. Verschwinden Sie, Sie Dreckskerl, raus! Sie elende stinkende Ratte, Sie! Ab! Nicht in diesem Ton. In diesem Ton verhandle ich nicht. Überhaupt nicht. Mit niemandem. Thomas, ich bitte dich, tu endlich was! Ich habe mich ganz korrekt vorgestellt. Und habe die Zustimmung Ihrer Frau Gemahlin ausdrücklich, ausdrücklich in meinem Wunsch mit einbezogen. Sie erbärmliche Schwein! Sie hundsgemeine! Sie niederträchtige! Lassen Sie mich los, Ihr Servierknecht! Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Ja. Aber man kann sich seine Gäste nicht aussuchen. Was ist schwer, diesen Tisch zu kriegen? Es geht. Hm-hm. Guten Tag. Moment! Wir hatten reserviert. Professor Korkogel mit Gattin. Kann Sie nicht warten? Wie war der Name? Korkogel. Professor Doktor Korkogel. Ja, ja. Korkogel. Ist ja ein idiotischer Name, ne? Wieso? Ich heiße schon immer so. Na ja, ist ja gut. Aber die Schlampe, die kommt nicht mit aufs Zimmer. Wie bitte? Ich habe gesagt, die Schlampe kommt nicht mit aufs Zimmer. Wir sind ja kein Stundenhotel hier. Erlauben Sie mal! Professor, ich muss doch sehr bitten. Diese Gattin da ist meine Dame. Diese Gattin da ist meine Gattin. Ich glaube, den Spruch habe ich schon mal irgendwo gehört. Müssen wir uns das eigentlich bitten lassen? Mach doch was, Karl Friedrich. Ja, also ich... Es war etwas ungewöhnlich, aber wir könnten Ihnen ja die Pässe zeigen. Lassen Sie es mal schön stecken. Die Flappen sind sowieso gefälscht. Aber Sie könnten einen Schein rüberwachsen lassen. Dann drücke ich eventuell einen Aura zu. Na, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Was bildet sich dieser Kerl denn ein? Du hältst die Schnauze und torten Arsch. Lass den Schein rüberwachsen oder die Tussi fliegt raus. Na bitte. Sag mal Auto. Auto. Du, du... Mach da, du wegkommst. Lass dich freuen, dass du in dem Alter noch so einen spendablen Freier gefunden hast. Dritte Stock. Und samt nicht so rum. Alle Schweine. Und halt in dem Alter. ... 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